Ich teste gerade zum ersten Mal das Teil hier, mit dem man ein Portal in die Alienwelt machen kann. Ey, das sieht doch richtig cool aus. Ich liebe meinen Alien. Sie ist so niedlich und so müde. Du bist niedlich, aber ich will nicht mehr probieren. Attempt Alien Contact. Das ist so spannend. Krieg ich Alien-Kontakt? Nichts. Nichts passiert. Was kann man noch machen? Test Alien Environment? Wahrscheinlich muss ich mein Wissenschaftslevel noch erhöhen, damit ich da noch irgendwas machen kann. Aber ich finde das Teil sieht richtig cool aus. Ich könnte nur das die ganze Zeit anstarten. Ich möchte da rein springen. Oh, das ist gut. Sie braucht nochmal Durchbrüche. Hat zwar schon für die Promotion genug, aber kann ja nie schaden. Kurz vorm Schlaf gehen wir nochmal durch. Schon vorbei. Na gut. Geh ins Bett. Ich habe hier mein Haus hier oben mal eingerichtet. Gerade. Ich habe hier eine Forschungsecke gebaut. Und hier eine Partyzone. Ich muss hier nur die Stühle auswechseln, denn ich glaube, damit kann ich kein Schach spielen. Ich fand schade, ich fand die so hübsch. Kleine Bar, ein Coffee Table, ein Klavier, schöne Wand, Deko. Während unten immer noch alles sehr total Schrott ist. Oh Gott, da schreit schon wieder ein Baby. Ja, die sind immer noch klein. Aber das ist alles nur Tarnung. Und unten ist alles schrottig, voll das Bettenlager hier. Da schäbe ich keine Tapete, keine Fenster. Und oben geht dann die Party ab. Ganz oben habe ich noch nichts gemacht, außer das hier Bäume aufs Haus gepflanzt. Und dann habe ich eigentlich einen Dachboden. Ich hatte hier eine Treppe. Achso, ne, die hatte ich hier runter gebaut. Hier habe ich noch keine Treppe gebaut. Hier kommt auch noch eine Treppe hin. Dann habe ich hier vielleicht was am Dachboden. Hoffentlich geht das, keine Ahnung. Und so sieht das dann aus. Habe ich jetzt neu gebaut. Ich bin nicht so gut im Häuserbau und ich teste da erst rum. Eigentlich habe ich immer hier so eine Schrott, so eine Kisten. Einfach nur so einen Kasten. Ohne alles da. Noch ein Kasten ohne alles, aber Hauptsache der Megagarten. Ich bin nicht irgendwo ein schönes Haus. Wo sind meine anderen Häuser? Da kann ich gar nicht hingucken. Die sind etwas weiter weg, meine anderen Häuser. Alle haben hier so die Bonzenvillen. Und ich komme hier mit zu Gästen. Aber ist ja auch egal, ne. Aber jetzt komme ich hier. Das ist mein erstes einigermaßen strukturiertes Haus gebaut. Irgendwann will ich mal so eine richtig schöne, schöne fette Villa bauen. Aber das finde ich für den Anfang nicht schlecht. Da kann man reingucken. Wenn man dann drin die Party vielleicht irgendwann mal im Gang ist. Oh Gott, hier hat jemand Müll gemacht, natürlich. Ich weiß, wer das war. Der da. Der hat vorhin im Müll rumgetrampelt, als die alle hier waren. Naja, das war erstmal mein neues Haus. Und ich hoffe, ich kriege diese Alienwelt irgendwie. Ich bin schon gespannt. Ich will das unbedingt sehen. Auf jeden Fall probiere ich es weiter rum.